Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich dir wieder ein paar Seiten vor, ein paar interessante, unbekannte, kaum bekannte Wege, mit denen du online Geld verdienen kannst. Wenn du Videos rund um das Thema online Geld verdienen suchst, findest du auf meinem Kanal viele Videos zu dem Thema und ich würde mich natürlich freuen, wenn du ein Abo dalässt, das Ganze ist kostenlos und unterstützt mich und ist sehr motivierend, deswegen lass gerne ein Abo da und jetzt würde ich sagen, wir legen direkt los. Die erste Seite im heutigen Video ist die Seite Findaway Voices. Auf dieser Plattform könnt ihr Geld verdienen, indem ihr zum einen Audiobooks verkaufen könnt, sofern ihr so etwas habt, zum anderen könnt ihr hier eben aber auch eure Stimme verkaufen und hier verschiedene Audiobücher und ähnliches selber einsprechen und damit Geld verdienen. Es gibt eben die zwei Möglichkeiten auf dieser Plattform, was ich ganz, ganz cool finde. Man sieht Audiobook-Partner, alle möglichen Großen, die man so kennt in dem Bereich, sind Partner davon. So sieht das Ganze aus, wenn ihr hier Audiobücher verkaufen wollt, als Beispiel 10 Dollar kostet euer Audiobook, ihr könnt das selber entscheiden, wie teuer ihr das auch wollt. Dann gibt es ein Retailer-Share von 5 Dollar, 5 Dollar Royalty, davon geht our Share 1 Dollar und your Share, also dein Share wäre dann 4 Dollar, als kleines Beispiel, wie viel ihr damit verdienen könnt. Aber wie gesagt, ihr könnt hier nicht nur eben Audiobücher verkaufen, sondern ihr könnt hier eben auch als Narrator, sprich als Erzähler, hier anfangen zu arbeiten und hier Geld verdienen eben durch deine Stimme, was ich mega cool finde. Und dazu müsst ihr einfach, wenn ihr euch hier auf der Plattform registriert, sieht dann so aus hier und dann könnt ihr unten bei How Will You Primarily Use Final Way Voices, könnt ihr hier dann wählen, ob ihr eben als Autor oder als Narrator arbeiten wollt, eben als Autor oder als Erzähler und könnt damit dann hier eben Geld verdienen. Und ist eben vielleicht für den einen oder anderen eine ganz interessante Plattform, eben Audiobücher oder mit der Stimme Geld verdienen. Final Way Voices, checkt es gerne ab. Die zweite Plattform ist die Plattform rev.com, das Ganze ist eine Plattform, wo ihr für Transkription Geld verdienen könnt. Ganz kurz erklärt, Transkription, ihr bekommt eine Audiodatei von der Plattform und diese Audiodatei müsst ihr dann schriftlich festhalten, was da gesagt wird. Ja, als Beispiel ein Interview von zwei Personen und ihr müsst dann eben schriftlich festhalten, was welche Person gesagt hat und so weiter und so fort. Eben die Audiodatei schriftlich festhalten und eben dafür, dass ihr das macht, werdet ihr bezahlt. Hier gibt es, oder hier solltet ihr gutes Englisch können auf der Plattform und grundsätzlich, wie man es kennt, kostenlos registrieren. Und ein kleines Testquiz müsst ihr dann hier machen beim Registrieren. Und danach, wenn euer Test genehmigt wird, dann könnt ihr hier eben danach anfangen zu arbeiten. Und das Gute ist halt, du kannst halt immer dann arbeiten, wann du möchtest. Du bist sehr flexibel, was das Ganze angeht. Und du wirst wöchentlich über Paypal bezahlt, was auf jeden Fall auch ganz nice ist, dass das wöchentlich passiert. Und wie gesagt, du kannst eben dann arbeiten, wann immer du möchtest. Ob du jeden Morgen arbeiten möchtest oder ob du jeden Abend arbeiten möchtest. Ob du zweimal die Woche arbeiten möchtest oder fünfmal die Woche. Kannst du alles frei entscheiden und kannst hier eben mit Transkription Geld verdienen. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Da wir gerade schon bei Transkription waren, die Seite GoTranscript ist jetzt eine wahrscheinlich bekanntere Seite als ref.com. GoTranscript, ebenfalls eine Plattform, wo ihr Geld verdienen könnt mit Transkription. Hier könnt ihr Average Earnings 150 Dollar bis zu Top Monthly Earnings 1215 Dollar. Und hier eben genau das gleiche. Ihr macht Transkription, Audio-Dateien in Text und werdet dafür bezahlt. Es gibt viele Aufträge, müsst hier beim Registrieren Tests und Ähnliches natürlich machen. Und im Endeffekt werdet ihr dann eben wieder dafür bezahlt. Und auch hier habt ihr flexible Stunden, wann ihr arbeitet. Ihr könnt das Ganze natürlich von zu Hause machen. Ihr könnt so viel arbeiten wie ihr wollt, sofern Projekte und Aufträge da sind und so weiter und so fort. Hier Job-Languages gibt es sehr, sehr viele. Natürlich unter anderem auch Deutsch. Und ja, gibt es noch eine FAQ. Könnt ihr das FAQ ja selber abchecken, wenn ihr auf die Plattform geht. Kann man auf jeden Fall machen. Ist eine Top-Seite für Transkription, aber auch eine relativ bekannte für die meisten wahrscheinlich. Aber ansonsten, falls ihr sie noch nicht kennt, checkt sie gerne ab, sofern ihr euch für Transkriptionen interessiert. Die nächste Plattform ist die Plattform Blogging Pro. Das Ganze ist eine Plattform, wo ihr eben für Blogs und Texte schreiben Geld verdienen könnt. Jetzt sind hier zum Beispiel gerade ein paar Jobs da. Zum Beispiel Freelance Writer Remote OK. Freelance Shop vor einer Woche gepostet. Dann könnt ihr hier drauf drücken. Habt dann genauere Informationen zu dem Ganzen. Und könnt dann hier auf Apply for Job drücken, sofern das Ganze für euch passt. Und hier gibt es dann eben ein paar verschiedene Jobs. Ihr solltet nur immer darauf achten, dass das Ganze Remote ist. Ja, hier steht Remote OK. Das heißt, ihr könnt auch easy von zu Hause aus arbeiten oder von irgendwo anders arbeiten. Deswegen immer darauf achten, dass Remote da steht. Und eben hier Freelance. Und dann könnt ihr hier eben Jobs zum Thema schreiben. Writing Jobs, Blogging Jobs, Blog Writing Jobs, Freelance Writing Jobs and more. Wie es hier so schön steht, könnt ihr hier eben finden. Und vielleicht für den einen oder anderen ist das Ganze ja ganz interessant. Die nächste Plattform ist die Plattform casadue.com. Das Ganze ist eine Plattform, wo ihr Umfragen und Ähnliches machen könnt. Nicht nur Umfragen. Ihr könnt auch telefonische Umfragen. Also es gibt die normale Internet-Umfragen. Klassisch, wie man es kennt. Es gibt hier telefonische Umfragen. Produkttests und so weiter. Und damit könnt ihr hier eben auf der Plattform Geld verdienen. Ihr könnt es einfach auch hier kostenlos registrieren. Dazu geht ihr hier oben auf Mitmachen. Das Ganze ist kostenlos. Bis zu 5 Euro pro Studie. Und wenn du keine Lust mehr hast, kannst du dich einfach abmelden. Alles ganz entspannt. Ja, hier seht ihr die Länder. In meinem Fall wäre es jetzt Österreich. Ja, dann steht jetzt hier nochmal. Das Ganze ist freiwillig, kostenlos. 70 Cent bis 3 Euro pro Online-Fragebogen. Und 5 Euro bis 50 Euro pro Video-Interview. Was man auf jeden Fall machen kann. Und ansonsten steht hier, du kannst dich auch hier mal melden. Wenn du irgendwo Hilfe brauchst. Und kannst dich dann hier eben registrieren. Und kannst dann hier eben diese Umfragen, Produkttests und ähnliches. Video-Interviews und so weiter kannst du hier dann eben machen. Und hier mit Geld verdienen. Eben ganz interessant für den einen oder anderen. Eben du registrierst dich. Bekommst eine Mail zu der Umfrage. Ob es jetzt eine klassische Online-Umfrage ist oder ein Telefon-Interview. Ist ja egal. Du bekommst eine Mail dazu. Füllst dann die Umfrage aus. Oder machst das Video-Interview. Und kannst dafür dann eben bis zu 50 Euro verdienen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Plattform. Eine sehr, sehr gute Bezahlung. Kann man auf jeden Fall machen. Und also natürlich sehr, sehr gute Bezahlung im Verhältnis zu Umfragen. Ja. Natürlich, wenn du jetzt einen Online-Kurs oder so hast. Kannst du natürlich deutlich mehr Geld machen als 50 Euro pro. Aber für eine Umfrage ist natürlich 50 Euro schon eine ordentliche Summe Geld. Deswegen muss man natürlich immer im Verhältnis sein. Dementsprechend aber kann ich die Plattform auf jeden Fall empfehlen. Für die Leute, die da auf einer Suche sind. Ich kann euch ebenfalls kurz erwähnen oder ein bisschen anteasern. Am Donnerstag wird es ein Video geben, wo ich dann wieder ein paar Apps vorstelle. Und weil ich gesehen habe, die Videos zum Thema Apps kamen sehr, sehr gut bei euch an. Deswegen wird es am Donnerstag nochmal ein Video geben zum Thema Apps, wo ich euch ein paar Apps vorstelle. Und ansonsten Samstag, Sonntag gibt es natürlich dann auch ganz normale Videos, wie gewohnt. Und das war es dann aber auch schon für das heutige Video. Wir hatten Final Way Voices, wo ihr eben eure Audiobücher und eure Stimme verkaufen könnt. Wir haben Rev.com, wo ihr Transkriptions-Jobs machen könnt. Wir haben GoTranscript, wo ihr Transkriptions-Jobs machen könnt. Wir haben Blogging-Jobs bei der Plattform Blogging Pro, wo ihr Blogging-Jobs, Blog-Writing-Jobs, Freelance-Writing-Jobs und mehr habt. Und wir haben zuletzt Casa Doe, wo ihr Produkttests, App-Tests, Video-Interviews, äh, keine App-Tests, Entschuldigung, Produkttests, Umfragen und Video-Interviews machen könnt. Und vielleicht ist hier die eine oder andere Plattform dabei gewesen, die ihr ja noch nicht kennt. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, das supportet mich sehr, sehr stark. Und checkt gerne die anderen Videos auf meinem Kanal ab. Wie gesagt, da findet ihr sehr, sehr viel zum Thema Online-Geld verdient, sehr viele Plattformen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, schaltet euch das nächste Mal gerne wieder an. Bis dann, lasst krachen, ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß. Bis dann und tschüss. Bis dann, lasst krachen, ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß.